Hallo und herzlich willkommen bei Schauskip, dem Kinomagazin auf SchauTV. Pünktlich zum Wochenende präsentieren wir Ihnen wieder die Kinostarts der Woche und nehmen drei davon etwas genauer unter die Lupe. Denn heute stellen wir Ihnen einen Science-Fiction-Film vor, in dem eine gewöhnliche Putzfrau von der Erde gleich das gesamte Universum retten soll, dann haben wir die Biografie eines Olympiaringers dabei, der gemeinsam mit seinem Bruder ein Millionärscamp besucht und den Anfang machen wir mit. 20.000 Days on Earth, zum Jubiläum von Nick Caves, 20.000. Tag auf der Erde, lässt der Musiker und Künstler den Kinobesucher 24 Stunden seines Lebens miterleben. otz, 20.000 andet. Am Ende der 20. Situation erkläre ichοbe-Aber-Human-Being. Angelegenheit? Angelegenheit? Angelegenheit Zuhen? Angelegenheit? 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 Ich Ahí leben für. Es ist das, was auf der Gerichtstarge passiert. ...where you are transported. I wake. I write. I eat. I probably had more meals with you than my wife. I watch TV. Wilson. This is my 20,000th day on Earth. Darian's ready to see you now. What's the earliest memory of a female body? Huh? What do you fear the most? It does worry me that I'm not going to be able to continue to do what I do and reach a place that I'm satisfied with. In a sense. Because memory is what we are. Your very soul and your very reason to be alive is tied up in memory. Those moments when the gears of the heart really change. Should we stop that? This shimmering space where imagination and reality intersect. A moment where all love and tears and joy exist. This is the place. This is where we live. I had to speed read your biography. Have you read that thing? Yeah. That wasn't the truth, sir. Warte mal, 20.000 Tage? War das dann einer seiner Geburtstage oder einfach nur ein ganz normaler Tag in seinem Leben? Naja, wenn man 20.000 geteilt durch 365 nimmt und dann auch noch die Schaltjahre berücksichtigt, dann war er so 55. Also doch einfach nur ein x-beliebiger Tag im Leben eines Künstlers. Der Film ist aber dennoch keine gewöhnliche Dokumentation, sondern ein überraschend ehrliches Musikerporträt über Nick Cave selbst, das auch sehr intime Einblicke in seinen künstlerischen Schaffensprozess liefert. Ein interessanter Einblick hinter das Ganze ist nämlich auch, dass der Film eigentlich am Anfang nur eine Promoaufnahme für sein Album Push the Sky Away hätte werden sollen. Cave war während aber der Arbeit von den beiden Regisseuren Forsythe und Pollard so angetan, dass sie ihnen dann anbot, die Idee weiterzutreiben und einen Kinofilm daraus zu machen. Nämlich einen Kinofilm, der 2014 auf dem Sundance Film Festival sogar für die beste Regie und den besten Schnitt ausgezeichnet wurde. Und auch wenn man den Film in Großbritannien schon ans Blu-ray auf Amazon kaufen kann, ist es für wahren Nick Cave-Fans wirklich ein Muss, diesen schon jetzt im Kino zu sehen. Ja und alle Nicht-Nick Cave-Fans können sich vielleicht noch ein bisschen gedulden, bis er auch bei uns als DVD erhältlich ist. 20.000 Days on Earth, ab jetzt im Kino. Ja weiter geht es mit einem Film der Wachowski-Geschwistern. Die junge Jupiter-Jones, gespielt von Mila Kunis, soll die Erde retten, indem sie das Gleichgewicht des Universums wiederherstellt. Und das stellt sich natürlich als ziemlich schwierige Aufgabe heraus. Man hat uns beigebracht, die Geburtsstätte der Menschheit sei die Erde. Ist sie aber nicht. Wissen Sie, was das für Folgen hat, wenn die Menschen die Wahrheit erfahren? Ich glaube, die meisten würden die Wahrheit gar nicht wissen wollen. Ich schon. Euer Planet wurde vor etwa 100.000 Jahren von Abrasics Industries erschlossen. Sie ist eine der mächtigsten Dynastien des Universums. Es gibt drei Haupterben. Der älteste ist Balem. Er kontrolliert diesen Planeten und will dich töten lassen. Glaub mir, ich bin nichts Besonderes. Eure Majestät. Was ist mit dem Mädchen? Sie lebt. Bringt sie zu mir. Wenn exakt dieselben Gene in exakt derselben Reihenfolge wieder erscheinen, nennt man das Reinkarnation. Euer Majestät Leben wird sich verändern, wenn sie es wünscht. Ich bin noch immer dieselbe. Noch besitzt Balem das Anrecht auf die Erde. Wenn ihr es beansprucht, wird die Erde euch gehören. Eher lasse ich diesen Planeten verwüsten, als ihn mir von ihr nehmen zu lassen. Hast du so etwas schon mal gesehen? Noch nie, aber es heißt, sie verspürten keine Schmerzen. Erschießt sie! Ihr hättet mir die Wahrheit sagen müssen, warum ihr sie wolltet. Dieser Planet gehört mir. Jetzt nicht mehr. Eure Majestät, mit einem Hund habe ich mehr gemein als mit euch. Ich liebe Hunde, ich habe Hunde immer schon geliebt. Es geht los. Also ich muss gestehen, dass ich mich schon sehr auf diesen Film freue. Und das schon seit letztem Sommer. Denn da wäre nämlich der eigentliche Filmstart geplant gewesen. Aber die Warner Studios wollten eine noch umfangreichere Postproduktion. Und deshalb hatten sie es auch nicht so eilig. Ja, das ist ja eigentlich fast untertrieben. Denn die Produktion belief sich auf fast 175 Millionen Dollar. Da muss die Kinokasse dann ganz schön oft klingeln, damit auch wirklich Mombare aussteigt. Also da habe ich definitiv keine Bedenken. Die Wachowski-Geschwister waren es nämlich auch, die die Matrix-Trilogie auf die Leinwand gebracht haben. Auch wenn man gestehen muss, dass Matrix 3 seinen beiden Vorgängen nicht so ganz das Wasser reichen konnte. Ja, das stimmt allerdings. Und Gerüchte meinen ja, dass sich dritte Teile immer irgendwie ein bisschen schwerer tun, durchzustarten. Und ein interessantes anderes Gerücht ist aber allerdings auch nämlich über die Hauptrolle zu sagen. Nämlich ursprünglich war für die Rolle von Jupiter Jones nämlich Natalie Portman vorgesehen. Aus Termingründen musste sie aber allerdings absagen und Mila Kunis ist dann für sie eingesprungen. Und was schon komisch ist, denn nach dem Film Cloud Atlas war Jupiter Ascending dann schon das zweite Projekt, wo Natalie Portman den Wachowski-Geschwistern einen Korb gegeben hat. Ja, da sind die Männer schon verlässlicher, denn der männliche Hauptdarsteller Channing Tatum war auf jeden Fall von Anfang an als Ex-Söldner Kane vorgesehen. Und das um neun Monate verspätete Ergebnis sehen Sie ab jetzt im Kino. Ja und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Filmstart der Woche. Wir haben Glück wieder ein Film mit Sexy Channing Tatum. Dieser handelt von dem exzentrischen Multimillionär John de Poe, der als Mentor und Sponsor einen Olympia-Ringer unterstützt. Ja, Foxcatcher, ein Film beruhend auf einer Warenbegebenheit. Was hoffen Sie zu erreichen, Marc? Ich, ähm, ich will der Beste der Welt sein. Ein paar Grundlagen. Das ist etwas, das bei mir immer sehr gut funktioniert. Der Armhebel. Reichter an die Linke, links nach rechts. Dann rüberreißen. Und wenn ich das mache, dann sieht man diese Stelle hier. Ja, zahlreiche Oscar- und Golden Globe-Nominierungen lassen schon erahnen, dass diese Biografie der Überraschungsfilm des Jahres werden kann. Also Channing Tatum, Marc Ruffalo oder auch Steve Carell liefern dabei ihre beste Leistung ihrer Karriere ab. Und vor allem Carell, der bislang eigentlich immer nur den liebenswerten Blödmann spielte, überzeugt hier besonders, da er durch seine schauspielerische Leistung die Tragik seiner Figur perfekt drüber bringt. Und genau das wurde auch mit einer Oscar-Nominierung für den besten Hauptdarsteller belohnt. Außerdem wurde der Film für die beste Regie, besten Nebendarsteller, bestes Originaldrehbuch und sogar bestes Make-up und Hairstyling ausgezeichnet. Wie jetzt echt Make-up? Ja, denn in Foxcatcher wurde sogar auf Kleinigkeiten besonders viel Wert gelegt. Channing Tatum hatte nämlich diese kleinen Ringerohren. Die hat er deswegen, weil Ringer immer mit den Köpfen zusammenstoßen. Dadurch entstehen kleine Blutergüsse, die sich nicht mehr zurückbilden lassen. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen weniger sexier für Channing Tatum. Aber Gott sei Dank achte ich da eh mehr auf die schauspielerische Leistung und die Geschichte im Film. Denn hier wird einiges geboten zu sehen in Foxcatcher. Ab jetzt im Kino. Und welche Filmstarts diese Woche noch anstehen, zeigen wir Ihnen jetzt. Die süße Gier Ein Film unter der Regie von Paolo Virsi, in dem die Hardgier eine große Rolle spielt. Der unbändige Traum eines kleinen Immobilienmaklers vom rasanten sozialen Aufstieg und viel, viel Geld. Der sehnliche Wunsch einer reichen, gelangweilten Ehefrau nach Respekt und Anerkennung und die vehemente Suche einer selbstbewussten Teenagerin nach Identität und der wahren Liebe. Das Interview Dave, gespielt von James Franco und Aaron, gespielt von Seth Rogen, erhalten die Chance, ein Interview mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un zu führen. Kurz vor ihrer Abreise nach Nordkorea nimmt die CIA Kontakt zu Dave und Aaron auf und bittet sie, Kim zu ermorden. Sie nehmen die Mission an, auch wenn sie die am schlechtesten qualifizierten Männer aller Zeiten für diesen Job sind. Also ich glaube, da ist für jeden Geschmack was dabei. Auf alle Fälle. Und jetzt kommen wir noch zu unserer neuen Kategorie Filmquiz. Genau. Wir stellen Ihnen jede Woche eine Frage zu den aktuellen Kinostarts und Sie erraten dann, welche Film wir suchen. Diese Woche ist es diese Frage hier. Welcher Schauspieler spielt gleich in zwei unserer neu vorgestellten Filme die Hauptrolle? Ja, ich denke, das ist nicht so schwer zu erraten. Ein kleiner Tipp von mir, er ist ziemlich sexy. Ihre Antwort an Schauskipp, Edger, Mediathek, Hennwort, Filmquiz. Und zu gewinnen gibt es diese Woche Kinogutscheine für den Film Die Süße Gier. Ja, das war es auch schon wieder von Schauskipp, dem Kinomagazin auf SchauTV. Wir sehen uns nächste Woche wieder, selbe Zeit, selber Ort.